So, war da nicht los? Vergesst mir? Genau, Wissenschaftsteam, Sicherheitspersonal, Gebäudeverwaltung und Inhalten. Hm, wir wissen, dass es aufsehen ist, ok. Ja, kriegen wir das nachrichten. Oh, sie? Äh, weiter, hallo? Ah, ok. Krass. Ok. Sicherheitsaufzeichnung. Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Endlich, Ju! Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. C'est la vie. Wie? Naja, ich mein, die wurden ja erst mal langsam abgefertigt. Na gut. Jetzt sind nur noch wir und die Eiskötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eisköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist. Sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht, irgendwie ist es einfach falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Tja, das ist ne Frage. Weihnachten unter der Erde hab ich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammen getan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein Francine Let's Kuchen, der nicht zu dröge war. Ja, auch gut. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen. Der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen sie, etwas vor uns zu verbergen? Hm. Ja gut, die sind ja eine andere Schichtweise. Die beobachten im Prinzip ja die Wissenschaftler, also das Personal unten. Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach egal. Nur noch ein paar Monate, dann sollte das Evakuierungssignal kommen. Äh Entwarnungssignal kommen. Und wir können uns endlich wieder aufbauen machen. Ja, das hattet ihr vielleicht mal gehofft. Vor allen Dingen nach so einem Angriff. Also da dauert ja schon einen kleinen Augenblick, eh das erstmal alles abgeraucht ist. Ist ja nicht von heute noch Morales weg, ich meine. So ein nukleare Problem, das dauert ja schon ewig. Das sieht man ja bei uns jetzt hier überall. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es keine Entwarnungssignale geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über sechs Monaten demselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarre. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben, höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollten. Er verheimlicht uns etwas. Da bin ich sicher. Hier geht irgendetwas Übles vor. Das spüre ich. Na, außer keine Angst haben. Die Hauptsitz im Voltec ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Entschuldigung. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von den Mitarbeitern des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Nanu? Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Wohnverwaltung und der Sicherheit. Klingt als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Er will nicht der Letzte sein. Es kommt kein Entwarnungssignal von Voltec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkräcker auf dem Boden fallen gelassen hat. Na super. Ein paar von uns haben mit den Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Wacken und unsere Medizin übergeben. Sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allem geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder andere Weise. Tja, dann müsst ihr das tun. Dann müsst ihr das tun, Freunde. Oh, war ich das? Na, nicht hinsetzen. Nein, tue es nicht. Erstmal ausgehen. Gut, alles gut. Ja. Schlagstock. Da ist nix. 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 Tür auf. Kakerlaki. Hey. Komm mal zu Papi. Merle. Aschdod. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Tja. Tassen liegen hier rum. Ist ja übel. War gar nicht verschwenderisch. Ach, nicht schon wieder hinsetzen. Hier ausruhen. Ach, der Weg war schon sehr weit. Aber muss schon gut sein, wenn ihr hier drinnen sitzt. So mit anderen Leuten. So. Trink mal ein. Juhu. So. Tja, zwei. Weiter gehts. Bierflasche. 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 Scham ist leer. Dann latti. Willkommen bei Terminal von Roco. Auch sehr mimo. Denken Sie daran. Die Nutzung der Freizeit Terminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist. Äh. Ja, doch. Unzureichend ist. Kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Ja, klar. Top 10. Uah. Achso. Ich dachte, man muss vorlesen, wenn man das will. Wiktum. Der andere irgendwie. Kuh, kuh, kuh. Ja. Wand anspälen. Ja, ich hole Wand. Wir warten. I ll Howard, kuh, kuh, kuh. Ah, die Frau der Oberstelle, ok, dann rennen wir mal. Dann kommen wir mal da drüben. Toll! Wollte man da einfach durchrennen, wenn man das Ding hat? Ah, schon mal hat's was. Hm, den holen wir uns gleich. Genau, Game Over. Ja, wir wollen das Spiel verlassen, sicher ist sicher. Aber cool. Cooles Spiel. Gefällt mir. Leute, ich bleib hier oben. Ich hau nicht ab hier. Hier gefällt's mir. Ich muss ihn sauber machen. Wir schauen, dass es leer ist. Da ist was. Cool. Mal gucken, auch leer. Klasse. So ist doch. Klasse. Das Ding. Ach, jetzt kann man nichts mehr zuziehen, oder? Schade. Cool. So, was haben wir denn hier alles? Nein. Nein. Gut, da ist nichts drin. Was ist das denn? Nein. Was will? Was tust du? Ach, die kann man aber hier rausziehen. Nein. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Es ist sehr, sehr leer hier. Was ist das? Was ist das? Nein. Hey. Hey. Wo? Hm. Ist du da unten auch hier. Tja. Das war das. Ja. Ist alle das mit dem? Nein. Das ist das. Okay. Nein. Ich hab mal zurück zu ihm. Ich hab mal zurück. Ja. Was ist da? Hm. Alles. Kann man denn? Kann man denn? Ja. Das ist ja. Was ist denn? Das ist ja. Kann man denn? Was ist denn? könnte die leistungsraum ziehen nein das ist immer kurz hüllen ja gut und das mit ewig halten da muss ich mal gucken Jetzt machen wir mal wieder das Gehen. Öffne dich. Oh, schulde welche. Halt, ich muss. Ich komme wieder hier. Jetzt haut noch zu. Voll. Hier war das jetzt gewesen. Hier habe ich jetzt eben die Person aufgehoben, ja. Ah. Halt bei eh drinnen. Einfach eh drinnen. Ah, eh kurz halten. Okay. Cool. Daher weiß ich das auch schon. Nix. Ah, wir können das drinnen. So, denn der. Cool. Uh, nice. Ist das alles, was noch übrig ist? Das reicht ja, ne? Lebt denn überhaupt noch mehr? Hat das jemand nach draußen geschafft? Oh Gott. Ist das irgendwas? Terminal. Nur für Aufseher. Deine An bass chords. In catholiken. Er hat die muss das alles ins slate. Alles irgendwas in gött. D Cummagem. Wir sind beide ausmorgen. Wir müssen mal her. Jiange Anbiet. Ich lasse. Ms. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Triolator ist mein neuestem Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Menge der benötigten Chemikalien und Komponenten, um an Prototypen arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertrag, während wir auf grünes Licht waren. So, da würde ich jetzt mal überlegen, ich komme jetzt darauf, dass die Leute von Valtek, von Robco, dass diese Prüroanlagen, dass das einfach Versuchsteile waren. Ja, okay. Ja, okay. das selbe eigentlich ich hole ich mir später ich brauche die klammer Oh ne, da gibt es nichts drauf. Hier hat er wahrscheinlich gehandelt. Zumindest gibt es hier einiges an A-Klamaten. Ja, dann holen wir uns dann mal das Ding. Die bekomme ich auch nicht auf. Oh, schwer. Oh, jetzt fertig hier. Ach, da noch. So weit haben wir jetzt hier alles durch. Nein, ich will die anderen haben. Hallo? Ja. Eins? Hi. Achso, ich habe gerade gesucht nach dem Inventar. Du musst das Terminal finden. Ich lasse mal sehen. Oh. Okay. So, okay. Oh, das ist er ver 엄마, das ist er her. Oh das ist er leid. Hi. Muah camera. Stop Okay Ich werde irgendwie nicht Hier war es 3 4 9 Ah, okay. Guten Tag. Das ist mir dann. Na, dann gehen wir aus. Oh Gott, alles entholt. alles in tod alles in tod das ist traurig jetzt ist auf da haben wir alles nachgeschaut auch nix so weiter um hier was da gibt cool Cool So, als willst du eine aus, okay Okay So, okay Okay Inventar Kleine E-Ring, juhu, ich hab sie Zehn Millimeter und das, ah, alles da So Spot Modus Oh, hat sie auch hier drin? Nice Skilltab Ah Nice Okay Ach, du Scheiße Das ist einiges Ja Dann schauen wir mal Hier war nix Hier war nix Nix War nicht, gut Schau mal hier mal nach Die haben die Tür nicht auf, wir kommen die ganze Zeit Jetzt soll ich hier einfach mal kurz ran, sonst die Tür öffnen Ist schon ein bisschen krass Das ist schon geil 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 hier sind wir reingegangen und hier gehen wir hinaus möchtest du etwas ändern name attribute aussehen verändern fertig und verlassen viel spaß bei ihrer rückkehr zur oberfläche und danke dass sie sich für wollte entschieden haben super machen wir einen kurzen cut und sind gleich wieder da freuen